hörst mich aber man hat sich die ganze zeit gehört schwer heftig da ist ja wir haben es geschafft was ist los krass daniel für 21 erst krass leute dann hier für 21 wir können gucken ihr könnt gucken chat wir können es gucken mal gucken alter wie krass es wird oh mein gott tim tim gibt gas daniel holt sich den ball wieder es geht weiter tim holt sich den ball zurück wer ist das oh mein gott tim über außen ich glaube dass das war die all stimmt doch das müsste war die äußern war die all charlie 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 zu baller geräus oh mein gott kane 2 zu 2 weiter geht sollte seid ihr bereit nächste runde es geht weiter und es ist halbzeit wo leute ich sag euch ehrlich wasser ist so gesund aber ich will dieses lauterna mal probieren lauterna oder wie die dinge heißen soll der halbzeit halbzeit 22 ist doch stark starke runde bis jetzt so weiter geht's leute weiter geht seid ihr bereit es geht los nächste runde legitim management mal gucken was er macht smith smith ein icon heißt das jemand es leckt bei mir sorry bro alles gut digga alles gut wir haben es ja jetzt geregelt 400k pro wir sind gerade live auf twitch wir machen gerade ein fifa turnier geil oder wenn du lust hast dann komm gerne rüber sorry stream abgekackt ach alles gut digga alles gut hey henni wollt ihr mich beide verarschen henni wollt ihr mich beide verarschen hier oder was warum zockt ihr nicht jungs die ersten jungen schon die erste halbzeit gemacht so ist scheiße leute ihr müsst zocken damit dann und dann mir das ergebnis per instagram schicken der hier ist wirklich ich sag dazu nichts leute ich sag dazu nichts nick ich grüß dich was geht weiter geht's okay alter fokus bvb geht ab reuss reuss zu kein kein runter zu reuss und ballverlust wir spielen okay dann ist gut am besten schicken gleich ne sehr wichtig brudy weiter geht's über außen und der sali der sali alexander arnold will entgegenkommen weiter geht's sancho sancho runter zu petri 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 zu havertz über havertz geht's wieder runter linke seite kopfball der wäre wild geworden da da muss man ganz schön sagen ja der wäre wirklich gut geworden man bei mir steht warte auf gegner hey digga jungs was habt ihr gemacht ja dann zockt henni am besten gleich mit jemand anderem machen wir gleich anders und es geht weiter leute landrup hat den ball landrup zu reuss reuss hat ball verloren und silva silva rüber zu quadro oh mein gott alter alexander arnold holt sich den ball ne doch nicht havertz zieht zurück silva petri petri zu oh der ist gut gekommen nochmal zu petri ach bei verlust ich bin gespannt leute was spielst du ich nicht die jungs zocken hier wir sind gerade live auf twitch und die leute zocken hier alle gegeneinander also alle zocken gegeneinander wenn du willst komm gerne rüber alter bro da hätte ich geschossen das wäre 3-2 für dich weiter geht's alexander arnold runter zu lautrup lautrup geht ab alexander arnold martinez holt sich den ball wieder kane landrup lautrup oder er macht's alleine tor oh mein gott bro heftig heftig was hier abgeht so 3-2 weiter geht's zava runter zu sancho ey mit sancho machst du ein tor ich sag's dir sancho kann skillen siehst du sancho läuft vorbei boah digga er zieht wieder zurück weiter geht's mit sancho sancho jaden sancho oh mein gott sancho leider verloren aber im strafraum hätte er abgeschlossen ich wollte euch das mal zeigen alter krass ey wie findet wie findet ihr das bleib mal ehrlich chat wie findet ihr das ich zeige es gerade beiden das ist herbe geil ne schöner untersetzer sag einfach links oder rechts okay ich sag äh rechts ich sag rechts ich weiß zwar nicht was rechts oder links ist aber rechts weiß nicht oder links nimm links bro nimm links links ist besser bestimmt weiter geht's Leute so weiter geht's also bei beiden ist bisschen am hängen alexander arnold niggas hängt oder twitch hängt stream könnte auch sein also bei boomy bei mir steht immer noch warte auf gegen okay da müsst ihr andere gegner nehmen ihr zockt beide ps4 egal das gibt's gar nicht bei beiden steht warte auf gegner obwohl die ps4 spielen ihr zockt beide ps4 ne oh mein gott 3 3 alter jetzt wird's spannend lupfer schuss oder was passiert hier ja hä hast du eine ps5 version genommen aus Versehen da gibt's ja ps4 und ps5 version zwei verschiedene alter es ist so geisteskrank was hier passiert ihr müsst ja gegeneinander zocken können macht ja keinen sinn oder beide mal neu starten am besten mal neu starten einmal weiter geht's heute blank 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 von rb leipzig von dortmund zu rb leipzig blank geht ab blank weiter geht's marzen digga die haben nur dortmundspieler ich schwöre es euch oh mein gott was machst du wir sind gerade live auf twitch wenn du willst kannst du mitzocken dann komm gerne rüber ich mach gar nichts ich bin jetzt gerade am dings können wir nicht fortnight na bro nicht fortnight nee nee wir zocken das ist geiler fortnight ist noch schlimmer alter ich schwör's euch fortnight noch schlimmer bei fortnight kommen direkt 150 leute rein so ist chillig digga so kann man ein bisschen quatschen ab dienstag wird sowieso werdet ihr sehen ab dienstag wird sowieso krass weil die verbindung hat was mit deinen zuschauern zu tun wenn die verbindung besser ist dann kommen auch mehr zuschauer rein jetzt gerade ist die verbindung so lala deswegen kann jeder gegen jeden zocken ist zu krass digga guardiol dankeschön brand dankeschön brand smith elfmeter krass das könnte er entscheiden er schießt unten links sag ich boah gute frage alter unten links sag ich tschüss 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 schönes tor martin dankeschön bro krass was hier abgechat weiter geht's ich glaube gegen tim habe ich unentschieden tim alter echt du bist so lost er kommt mit torwart raus julie was geht ab stark weil hä digga warum pfeift er nicht ab ador jetzt aber stark gg henni warte mach nochmal ist raus henni was macht ihr was geht ab bumi digga wie immer wir sind live auf twitch wir sind gerade ein bisschen am chillen abos verschenken genau ah ok ja ab dienstag leute wird sich viel ändern neue location ähm ja wo gestern chef strobel war so viel kann man schon sagen base tags in dortmund ja wo bvb ist da werden wir mit vielen bvb leuten auch videos machen und live streams genau wichtig halt immer wer moderator sein will ne muss natürlich auch aktiv sein so wie herr von schmale ähm genau leute also 2-3 moderatoren wenn der eine nicht kann kann der andere 1-0 krass der hat schon das erste tor gemacht gegen wen geht es hier eigentlich gegen leon ne schon wieder jungs zockt ihr schon wieder ne runde die beiden zocken schon wieder er ist verrückt leute ich glaube ich glaube rache ja tim tim ist eigentlich einer der ist immer sehr oft ungeschlagen weißt du der hat noch nie richtig verloren ich habe sogar gegen tim unentschieden gespielt und äh ich glaube der will der will jetzt wirklich alles alles wissen battlefin dankeschön hype train ist aktiviert hä was ist das digga hype train kommt wir haben ein hype train oder was ein hype train ist auf deinem kanal gerade gestartet leute jeder der jetzt irgendwas ich habe keine ahnung was man jetzt machen muss wer was reinschickt äh kriegt wenn der hype train abgeschlossen ist quasi eben extra emote von twitch geschenkt okay also jetzt ist der hype train aktiv und dann müssen die jetzt was reinschicken genau wer jetzt was reinschickt kriegt quasi äh wenn der hype train zu Ende ist ja ähm emote von twitch geschenkt den kann man auch überall benutzen egal bei welchem streamer okay das ist geil alter das ist wirklich ein geile okay das ist wirklich geil und der geht jetzt 4 minuten der geht jetzt 4 minuten 10 genau okay das ist geil das ist natürlich okay das ist wirklich geil leute muss man auch sagen also leute euer amazon prime konnte mit twitch verbinden genau sehr wichtig amazon prime mit twitch verbinden und den hype train mitnehmen lass ey irgendein chineser hat mir gerade gefolgt ich schwöre es euch ein chineser hat mir gerade gefolgt leute irgendeiner aus china hello hello my friend how are you hello my friend king how are you king irgendeiner hat mir gerade gefolgt das posten hier bei tiktok äh bei twitch direkt also mit so wechselnden logos okay leute warte mal jetzt muss ich mich noch kurz bei discord entmuten hörst du mich ja aber man hat sich die ganze zeit gehört schwer ja oh heftig ja das ist mein manager weißt du wir haben immer sehr sehr viele sachen geplant ja man hat mich ja mal im stream gehört hat man mich gehört im stream ja zum glück habe ich nicht über meine unterhose geredet hey wie spielen die bitte bro die spielen ganz komisch siehst du das die beiden zocken hier ganz komisch ich sehe das also die spielen wirklich als ob die in der 95 minute in real life wären warte mal kurz alter krass alter 7 zu 6 hey ttv hat gerade 6 zu 1 äh ne 4 zu 1 geführt herr von schmale herr von schmale ey das ist auch geil wir haben einen richtig geilen äh namen auch von einem moderator das ist voll geil herr von schmale siehst du gerade ne ich gehe jetzt erstmal offline leute wir sehen uns später leute haut rein bis später leute mit